So, meine sehr geehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu diesem Infovideo zum Jahreswechsel 2023-2024. Das Infovideo zu Silvester, welches ihr traditionell eigentlich immer erwarten könnt. Ich meine seit 2013, also seit gut 10 Jahren, mache ich das eigentlich immer wieder, dass ich mich entweder zu Weihnachten oder zu Silvester nochmal vor das Mikro setze, um das Jahr Revue passieren zu lassen, aber auch gleichzeitig einen Ausblick zu geben auf das, was im nächsten Jahr so kommt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein cooles Jahr soweit. Ich hoffe, ihr habt den Content genossen, den ich hier auf YouTube geteilt habe. Ich kann auf jeden Fall sagen, es war für mich ein relativ erfolgreiches Jahr. Beruflich lief es soweit ganz gut. Privat gab es das ein oder andere Highlight, nicht nur was meine Reisen angeht, sondern auch das Treffen mit Carbonat, beziehungsweise das doppelte Treffen mit Carbonat. Denn der gute Carbonat kam auch zu Weihnachten, beziehungsweise an den Tagen zwischen den Jahren, so nennt man ja die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, nach Württemberg, in meine württembergische Heimat, um mit mir und Sky zusammen mal die Gegend ein bisschen unsicher zu machen. Aber es war insgesamt wirklich cool soweit, dass er sich sein Deutschland-Ticket geschnappt hat, mit dem Rucksack auf dem Rücken und ist dann dementsprechend mit der Bahn zu uns gefahren. War auf jeden Fall ganz cool soweit. Wir haben schöne Stunden verbracht in Stuttgart, in Ludwigsburg und in meiner Heimatstadt Marburg am Neckar. Da hatte er sogar ein Hotel, oder beziehungsweise eine Unterkunft, was ich unfassbar cool fand. Und ja, das war einfach spitzenmäßig. Ich hoffe, wir können das 2024 in Halle wiederholen, wenn ich dann zu ihm fahre. Aber nicht mit dem Deutschland-Ticket, weil ich habe ja meine schöne Bahncard 50, die noch für ein Jahr kostengünstig bei mir ist, oder günstiger als normalerweise. Und ja, Sky zur EP war auch mit dabei, also haben sich drei CLP-Mitglieder auf einmal auf einen Haufen getroffen. Und dementsprechend war das ja vollkommen cool. Aber ich würde sagen, die Begegnung in Kopenhagen, die so random zusammenkam, toppt nichts in diesem Jahr. Ich meine, ich habe ja darüber schon gesprochen im vorherigen Infovideo aus dem September, wenn mich nicht alles täuscht, könnt ihr euch gerne nochmal ansehen, beziehungsweise anhören. Denn, wie es bei den meisten Infovideos ist, ich werde hier nur ein paar Standbilder einblenden und ihr könnt den audiovisuellen Content einfach als Podcast genießen. Das ist ja, wie gesagt, so ein Video eignet sich eigentlich dazu, dass man quasi den Bildschirm ausschaltet, wenn ihr denn die Funktion habt dazu und einfach nur mir beim Labern zuhört. Ja, es gibt ja auch eine coole YouTube-Jahresstatistik, die ich hier mal einblenden werde. Bei Gira Lucas ist die nicht sonderlich spektakulär. Ich hoffe, da tut sich nächstes Jahr ein bisschen mehr, da ich da ja auch neue Pläne für habe. Aber ja, ich werde das jetzt nicht großartig vorlesen. Bei CLPG Ralf X kann man eigentlich sagen, ich war eigentlich durch die Bank weg aktiv. Klar, es gab, glaube ich, kaum am Sonntag mal ein Video oder an den Sonntagen ein Video und ich glaube, so summiert sich das auf, dass ich am Ende von 365 Tagen an 290 oder an knapp 290, wenn nicht sogar 300 Tagen, ein Video hochgeladen habe. Ich meine, es kamen 6000 neue Klicks rein und das mit Abstand erfolgreichste Display seit langem war das Pocket Monster Screen Version Let's Play. Eines Bildes, das eigentlich auch nur aus reiner Not entstanden ist und ja, das durchaus außergewöhnlich war und mir auch viele Kommentare beschert hat. Das habe ich auch schon positiv angemerkt, dass ich sehr zufrieden war, wie dieses Let's Play aufgenommen worden ist. Wahrscheinlich ist einer der Gründe, warum es so erfolgreich war, einfach der Tatsache geschuldet, dass es noch niemand oder dass noch nicht so viele Leute das wirklich gewagt haben, im deutschen Raum ein Spiel zu spielen, welches hauptsächlich auf Japanisch war oder nur auf Japanisch war, bis auf den Titel Green Version. Und ja, es wird zwar in Zukunft nicht mehr solche Let's Plays geben, nehme ich mal ganz stark an, allerdings weiterhin tolle Pokémon Let's Plays. Dazu kommen wir ja noch. Dementsprechend wird das jetzt schon mal zu weit geklärt. Also ich war relativ zufrieden, wie 2023 lief. Wir haben natürlich zwei Projekte, die ins neue Jahr übernommen werden. Pokémon XD, Pokémon Colosseum gab es ja bereits über das vergangene Jahr. Ich meine, das lief von Mai bis September oder Mai bis Oktober. Auf jeden Fall fünf Monate Pokémon Colosseum Action und immer noch ungebrochene Pokémon XD Action. Ergänzt eben durch die Pokémon Karmazine DLCs, beziehungsweise den zweiten DLC. Ja. Und, ähm, genau. Die Jahresstatistik habe ich ja schon angesprochen. Was man dazu sagen muss, nochmal zur Jahresstatistik. Es kann gut sein, dass die Videos aus dem Dezember da nicht erfasst sind. Äh, ich meine, da kam diese Meldung über das YouTube-Studio kam schon, ähm, zu Beginn des Monats rein oder zu Mitte des Monats rein. Also es kann gut sein, dass die Dezember-Videos dann da gar nicht drin sind. Genauso wie bei Spotify Wrapped oder, äh, auch den DAZN-Jahresrückblick, dass da einfach manche Sachen nicht erfasst werden. Aber es ist ein cooles Feature. Normalerweise habe ich ja den ganzen Kram immer zusammengezählt. Aber jetzt hat mir YouTube das einfach mal abgenommen. So. Kommen wir nun also zu den, äh, Projekten, die noch so am Laufen sind. Äh, ich habe eine ganz wichtige Info zum, äh, Pokémon Karmazine, den zweiten DLC, die Indigo-Blaue Scheibe. Äh, da gab es ja jetzt in den vergangenen Tagen die ersten Parts. Ich meine, wir haben da schon sechs Parts hochgeladen. Und, äh, zu diesem Zeitpunkt, weil ich das Ganze ja mehr oder minder Half-Blind mache, ist mir noch gar nicht aufgefallen, wie schwer dieser verdammte DLC ist. Also, ich kann an alle Leute sagen, die diesen DLC noch nicht gespielt haben oder ihn auch nicht spielen werden. Gibt ja unterschiedliche Gründe, dass man das boykottiert. Und, äh, das hat auch durchaus technische Gründe, die wir auch in diesem Let's Play noch, ähm, sehen werden. Äh, ja, der Schwierigkeitsgrad wurde enorm angezogen. Und, äh, das hat mich besonders, glaube ich, in den Part 7, 8 und, oder im Part 8 und Part 9, die jetzt in der kommenden Woche veröffentlicht werden, hart getroffen. Weshalb, äh, ja, ich das Ganze jetzt etwas umgestellt habe. In dem Sinne, dass ich, äh, auch Pokémon aus Karmazine, oder, ne, Pokémon aus Purpur verwende. Mit denen ich schon den DLC fast, äh, durchgespielt habe, zu dem Zeitpunkt, als ich die Parts aufgenommen habe. Also, ich habe unfassbar viel voraufgenommen. Nicht nur Pokémon Karmazine, sondern auch Pokémon XD. Und, äh, ja, bei dem DLC, äh, äh, ging es jetzt halt etwas, äh, schleppend voran, weil ich nämlich doch einige Parts einfach dazu genutzt habe, unfassbar viele Quests zu machen, also diese Blaubeer-Quests für die Punkte und halt da dementsprechend, äh, Sachen freizuschalten. Und, äh, ihr könnt euch garantieren, ihr könnt euch versichern, neben der Story in diesem DLC gibt es auch noch deutlich mehr. Nämlich auch einige legendäre Pokémon. Also, wir werden uns da doch noch etwas länger aufhalten beim Pokémon Karmazine DLC. Zumal da ja auch angekündigt worden ist es, dass es, ähm, ich meine im Januar noch eine Bonus-Episode gibt, die da veröffentlicht wird von diesen beiden DLCs. Und, äh, dementsprechend könnte es sein, auch wenn ich es noch nicht weiß, aber ich gehe mal stark davon aus, dass Pokémon Karmazine mein bisher längstes Let's Play wird. Äh, den bisherigen Rekord hält ja, glaube ich, immer noch Pokémon Hard Gold oder, äh, Pokémon Schwarz 2. Was Schwarz 2? Ne, ähm, Weiß 2 müsste es gewesen sein. Und, äh, Pokémon Karmazine könnte das überbieten. Ich meine, wenn das Ding so um die 160 Parts hat, was durchaus noch möglich ist, dann ist das der neue Rekordhalter. Ähm, wir sind mal gespannt darauf. Äh, zum Uploadplan kann ich eigentlich, äh, nur Folgendes sagen. Am Montag, Mittwoch und am Freitag gibt es Pokémon XD. Und weil es eben so viele, ähm, sagen wir mal Collectible und Verschwendungsparts von Pokémon Karmazine gibt, mache ich jetzt das folgendermaßen. Am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, also der Tag, wo normalerweise keine Videos von mir rauskommen, gibt es auch noch einen weiteren Part von Pokémon Karmazine, damit wir damit etwas schneller durchkommen. Und, äh, nur so als Randnotiz, nachdem beide Projekte zu Ende sind, äh, geht es so, wie ich es bereits, glaube ich, vor einem Jahr angekündigt habe, mit Pokémon Sonne weiter. Dann starten wir nämlich die 3DS Games von Pokémon, wo ich natürlich auch einen, äh, 16 zu 9, äh, Replay von Pokémon Sonne mache, oder ein Let's Play Again, nennen Sie es, wie ihr es wollt. Das gab es ja bisher auch nur einmal mit Assassin's Creed, äh, Unity, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ja, dann erleben wir halt dementsprechend Pokémon Sonne nochmal. Ich meine, das Let's Play, das ursprüngliche, ist ja auch schon wieder 7 Jahre her. Äh, ja, ich werde alt, merkt ihr vielleicht schon daran, oder wir alle werden alt. Und, äh, ja, auch hier plane ich so um die 3 bis 4 Parts in der Woche. Ähm, ich brauche halt ein bisschen, äh, Puffer, weil, äh, zum einen, damit ich weniger aufnehmen muss, denn früher war es immer so, dass, äh, 15 Parts quasi gleichgestellt waren mit nicht mal, äh, mit gerade mal etwas über 2 Wochen. Wenn du quasi alle, jeden Tag einen Let's Play Part veröffentlichst, dann hast du, äh, 14 Parts in der Woche. Und so hast du quasi nur 3 Parts, oder ne, 14 Parts, äh, in 2 Wochen. Und, äh, bei dem aktuellen Upload-Rhythmus, den ich drin habe, reichen 14 Parts für knapp 5 Wochen. Also, da brauchst du eigentlich noch einen weiteren Part und dann hast du mit 15 Parts quasi 5 Wochen deine Ruhe, wenn du die vorproduziert hast. Und, äh, darauf möchte ich nach wie vor aus. Allerdings, äh, mache ich das auch mit ein bisschen, äh, mit einer leichten Voraussicht und Prognose. Denn, ich vermute ja ganz stark, dass es im Herbst ein neues Pokémon-Spiel geben wird, welches ich, äh, spielen werde, sofern es sich um eine Paaredition handelt. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, äh, man kann aufgrund der ganzen 5. Generation-Anspielungen aus dem 2. DLC von Pokémon Karmazine damit rechnen, dass es die Schwarz und Weiß, ähm, Remakes sein werden. Die gefürchteten Schwarz und Weiß Remakes, auf die natürlich, ähm, die Schwarz und Weiß 2 Remakes folgen werden. Nehme ich mal ganz stark an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Game Freak das entgehen lässt. Ähm, allerdings ist es noch nicht, äh, garantiert. Ich denke mal, wir wissen spätestens im März mehr. Weil normalerweise ist es eigentlich immer so, dass die Ankündigung für die Pokémon-Spiele, so, für die Hauptspiele von Pokémon zwischen Januar und Februar erfolgen und wir dann im Herbst, spätestens im November die Spiele haben. Äh, ich hoffe es, äh, persönlich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, wenn sie rauskommen. Und da soll dann dementsprechend ein Platz frei sein. Egal, ob es jetzt montags, mittwochs, freitags oder eben dienstags, donnerstags und samstags ist. Hauptsache, es ist Platz frei für eben jenes Spiel, das rauskommt. Äh, vielleicht ist bis dahin Pokémon Sonne schon durch. Aber, wie gesagt, es müssen ja erstmal Pokémon XD und, äh, Pokémon Karmazine enden. Und mit denen sind wir, glaube ich, noch ganz gut beschäftigt bis zum März. Nehme ich mal ganz stark an. Also, ich nehme mal an, äh, frühestens Anfang April könnte damit rechnen, dass die Let's Plays, oder Ende März, ich bin jetzt mal optimistisch und sage Ende März, spätestens dann werden die beiden Projekte zu Ende sein. Und dann geht es im April halt weiter mit Pokémon Sonne. Je nachdem, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie lange das Ganze dauern soll. Aber ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was tippt ihr? Bekommen wir eine Pokémon Ankündigung, äh, im Januar, Februar? Weil ich meine, was steht denn dann sonst noch so zur Diskussion? Also, vielleicht irgendwie so Legacy-Content? Ich fände es ja unfassbar witzig, wenn nach dem, ähm, Paper Mario und die Legende vom Äonentor Remake, welches nächstes Jahr rauskommt, ja auch noch, äh, Pokémon XD oder Pokémon Colosseum geremact werden, was ich, oder ein Remastered bekommen, was ich eher gesagt nicht glaube. Die Spiele sind dafür vielleicht etwas zu unbekannt, auch wenn sie mittlerweile für 250 Euro angeboten werden auf Ebay oder für mehr oder weniger Geld. Auf jeden Fall, was Dreistelliges müsst ihr für die Spiele mittlerweile gebraucht hinlegen, wenn ihr sie komplett haben wollt. Oder nur als Disc, ich glaube, da zahlt man auch schon so knapp dreistellige Summen. Aber es könnte ja natürlich auch sein, dass man die Let's Go-Spiele fortsetzt, was eher unwahrscheinlich ist, da die letzten Let's Go-Spiele oder die, was war das nochmal, die ersten, äh, beiden Let's Go-Spiele, also Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, ja schon, äh, vor sechs Jahren rauskamen, also jetzt mal von 2018 gesehen. Oder was gibt's denn sonst noch so, vielleicht endlich mal, ähm, eine Ankunft, also was mich persönlich freuen würde, wenn die ganzen, äh, Gameboy-Klassiker, wie Pokémon Rot, Pokémon Blau, Pokémon Gelb, äh, Kristall, Gold und Silber und auch die Gameboy-Advance-Spiele endlich mal, äh, bei Nintendo Online integriert werden würden. Also das wäre ein absoluter Traum, damit würden sie, glaube ich, viele Fans glücklich machen, aber ich fürchte leider Gottes, dass uns das, äh, 5th Gen Remake bevorsteht, was auch etwas, aber was trotzdem etwas seltsam wäre, weil das wären ja gerade mal dann drei Jahre, nachdem die Diamant & Perl Remakes rauskamen und nachdem diese Remakes ja jetzt, sagen wir mal, nicht so die beste, ähm, die besten Reaktionen hervorgebracht haben, so vom Gameplay-Technischen und vom Aussehen, ähm, ist da Gamefreak hoffentlich etwas vorsichtiger. Ich meine, ich kenne die Verkaufszahlen nicht, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie nicht so gut waren wie Schwert und Schild, beziehungsweise Karmesin und Purpur. Also muss man dann schon etwas, äh, differenziert betrachten. Und ihr habt es jetzt vielleicht auch schon gemerkt, also das sind jetzt die regulären Let's Plays, äh, weiterhin nur Pokémon. Ähm, Streaming-Projekte, äh, das war ja eine, äh, Willkür von mir, dass ich jetzt quasi auf EA FC 24 ein Streaming-Projekt gemacht habe, mein allererstes übrigens, ähm, da ich ja die EA Fußballspiele nicht mehr let's playen werde, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Und, äh, ich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden damit, ähnlich wie bei Pokémon Green Version, äh, dass dann doch immer wieder mal Leute reinschalten, mir Kommentare schreiben, das, und auch, ähm, daraus relativ viele Abonnenten, resultiert sind. Ich glaube, ich habe 20 Abonnenten dazu gewonnen. Ich glaube, der größte Zuwachs seit drei Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ihr könnt es auch über YouTube Studio überprüfen. Und, äh, ja, da könnt ihr auch nach wie vor damit rechnen, dass es im, äh, neuen Jahr meistens abends außerhalb von Feiertagen zu, ähm, Streaming, zu Streams kommt. Und ich hoffe, ihr seid dann immer da, äh, weil ich werde eher abends, äh, das Ganze machen. Oder halt an Feiertagen, da sollte eigentlich jeder Zeit für haben, ähm, so vormittags und nachmittags, an Werktagen, wo die Mehrheit der Bevölkerung arbeitet. Damit könnt ihr nicht mitrechnen, aber wir werden weiterhin den SV Darmstadt 98 verfolgen. Und, ähm, ich habe mir so gedacht, äh, vielleicht ist es auch interessant für die Assassin's Creed, äh, Teile, von denen ich ja auch ein, ähm, Let's Play Again machen möchte. Also die, äh, Ezio-Teile, die in Italien und, ähm, dem Osmanischen Reich, kann man das so sagen, oder in Konstantinopel spielen. Äh, die habe ich ja auch vor, glaube ich, äh, knapp sieben Jahren Let's Played. Und da würde ich eigentlich auch gerne ein 16 zu 9, ähm, 720p, weil 720p lässt sich leichter streamen als 1080. Äh, würde ich da auch mal ein, ähm, Streaming-Projekt draus machen. Wobei ich nicht weiß, ob das im nächsten Jahr schon starten wird. Einfach nur so als Perspektive. Es ist für mich einfach deutlich einfacher, von der PS4 das direkt zu streamen und als Streaming-Aufzeichnung euch zur Verfügung zu stellen, als jetzt, ähm, ja, daraus ein Let's Play zu machen und da wieder unnötig, äh, Zeit in das Rändern von Parts zu stecken. Also, dementsprechend, es wird, denke ich mal, keine regulären PlayStation-Let's Plays mehr geben. Es wird allerdings Streams geben. Und, äh, vielleicht lässt sich da auch das eine oder andere Final Fantasy streamen. Wer weiß, was da uns in der Zukunft doch alles so erwartet. Das ist also Streaming, ähm, bietet viele Möglichkeiten, bei denen ich noch nicht weiß, wie ich sie genau ausschöpfen werde. Und, ja, ansonsten vielleicht noch so ein kleiner Ausblick auf Gira Lukas. Das Einzige, was ich bisher geplant habe, ist, ähm, die Pixel-Kunde zur achten Pokémon-Generation. Die feiert ja, ähm, ihr fünfjähriges, ihr fünfjähriges Jubiläum Ende des kommenden Jahres und da möchte ich bis dahin schon mal die Pixel-Kunde fertig haben. Ich hoffe, ich finde die Zeit dazu in einem meiner Urlaube, wo ich allerdings zum Großteil auch verreise. Und dazu, ähm, gibt es noch, ähm, Filmkritiken, wobei ich, äh, mir hier nur vorstellen kann, dass ich Dune, äh, quasi reviewen werde. Und eventuell auch eine, also der zweite Teil von Dune, der im Mai, glaube ich, rauskommt, wo ich direkt ins Kino reingehen werde. Das kann ich euch jetzt schon sagen, wenn der Film da wirklich rauskommt, weil er wurde ja verschoben wegen dem Hollywood-Strike, dem Writer-Strike. War das ein Writer-Strike? Oder Schauspieler-Strike? Ich glaube, es war ein genereller Hollywood-Strike. Ähm, dementsprechend, ja, Dune 2 und, äh, nach wie vor kein Oscar-Kommentar, nur so nebenbei, wo ich mich hoffentlich nicht darüber aufregen muss bei den Oscars, dass, dass, äh, Oppenheimer alles abräumt, was ich nicht glaube. Ähm, ich glaube, das habe ich ja schon in meiner Kritik zu Oppenheimer geäußert. Das war, glaube ich, meine einzige Filmkritik letztes Jahr auf G.R. Lukas. Und da gab es generell nur zwei Videos im letzten Jahr, wenn man mal das Muse-Review, ähm, außen vornimmt. Das ist ja noch am Ende des vergangenen Jahres erschienen. Also zumindest, also das Review und nicht das Album. Und, äh, eventuell, wo wir gerade von Musik reden, eventuell, ähm, das Album von Cornelia Jacobs, wobei ich nicht weiß, ob das nicht eher was für 12-Punkt wäre, äh, wenn es endlich mal rauskommt. Äh, ich warte ja sehnlichst drauf. Aber gut, ähm, ansonsten halte ich das relativ offen, was so oft G.R. Lukas rauskommt. Vielleicht noch das ein oder andere Unboxing. Aber, ja, ich habe euch damit jetzt, glaube ich, ganz gut gefüttert, was Informationen angeht. Wir sind bei, äh, knapp 18 Minuten. Sollte irgendetwas fehlen, werde ich das noch nachtragen. Und, äh, zum Schluss möchte ich mich einfach nochmal bedanken bei euch, äh, für das Jahr 2023. Und ich freue mich auch im kommenden Jahr wieder euch mit ordentlich Videos zu versorgen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Unstaff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.